Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder einschaltet. Ihr seht schon ein bisschen das Thema. Heute geht es um die Sommerdeko. Ich habe hauptsächlich im Erdgeschoss ein bisschen dekoriert und ja, ich gehe mit euch einfach mal durch, zeige euch, was steht und sage euch, wo ich es her habe und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Los geht es mit diesem Kranz an der Haustür. Willkommen steht drauf, schön bunte Blumen und ein paar Bienen und ja, den hänge ich jedes Jahr gerne auf. Den gab es mal im Aldi und ja, ich finde den super süß. Wenn wir dann reinkommen, stehen wir im Flur, hier an der Garderobe, hier unten habe ich nicht viel gemacht. Da steht mein Fächer und nochmal ein Welcome-Schild und obendrauf steht das Segelschiff und die beiden Muscheln, die ich letztes Jahr im Eck schon geholt habe. Ja, wenn wir dann weitergehen, kommen wir in die bereits fehlgesehene Küche. Hier habe ich auf der Arbeitsplatte eines der Vögel stehen, die ich im Action dieses Jahr geholt habe. Dann ja, die Gläser aus dem letzten Jahr, die finde ich total klasse, gab es ja auch im Action. Dann habe ich hier in der Laterne noch ein paar Margariten liegen und daneben noch ein Teelichtglas mit ja verschiedenfarbenen Blumen. Das Herz hier in der Ecke, das hatte ich im Kick geholt, ich glaube für zwei oder drei Euro. Ich fand auch den Spruch total süß. Dann haben wir den Thermomix hier mit allem, was wir so brauchen. Hier oben bei den Gewürzen steht dann dieses kleine Kästchen mit Muscheln drauf. Ja, und wenn wir uns dann umdrehen, haben wir hier ein Fenster. Ich habe das Rollo halb unten, weil sonst die Sonne zwar hier rein scheint. Hier am Fenster habe ich die Holzfische hängen, die ich im Action dieses Jahr geholt habe. Und hier unten bei meiner, naja, ich sag mal mit Leidenschaft gezogene Orchidee sitzt noch ein kleiner, süßer Schutzengel. Und wenn wir uns dann weiterdrehen, haben wir hier auf dem Radio die Tukan- und die Papageitasse, beziehungsweise das ist eine Müsli-Schale. Hier oben auf der Mikrowelle stehen immer unsere Gläser, zwei sind in dieser Nutzung. Hier oben die Blumen, die hängen auch ganzjährig. Und über dem Esstisch, auf dem Esstisch habe ich nicht viel gemacht, weil das würde die Katzen zu sehr entertainen. Hier über dem Esstisch habe ich noch so Papier-Lampions, würde ich jetzt mal sagen. Die hatte ich vor ein paar Jahren mal selber gebastelt und ich hänge die einfach zum Sommer sehr gerne hier auf. Jo, so sieht die Küche aus. Dann geht es weiter ins Wohnzimmer. Hier haben wir direkt mal unsere, ja, ganz minimal kleine Katzen-Ecke. Den Sessel findet die Holly total klasse. Dann haben wir diese Riesentonne und, ja, seitdem dieses Körbchen hier steht, finden die das echt total kuschelig. Aber fangen wir an, von rechts nach links. Hier haben wir unseren Ventilator stehen. Den habe ich noch ausgemacht, weil der echt laut ist. Ja, der Kamin ist natürlich momentan nicht in Benutzung, ist draußen heiß hier noch. Oben drauf haben wir dann die Muscheln, die ihr eingangs gesehen habt. Und, ja, eigentlich nahezu ganzjährig steht auch dieser Käfig hier. Den Käfig hatte ich mal im Sale im OBI geholt. Ich glaube für 5 Euro nur. Mega Schnäppchen. Ja, die Muscheln gab es dieses Jahr im Action. Unten ist dann auch nochmal dieses maritime Thema. Da haben wir einen Leuchtturm stehen. Daneben das Bild, das auch nahezu ganzjährig steht. Auch beides aus dem Action. Dann dieses Herz finde ich sehr schön. Steht auch fast ganzjährig. Und dann noch ein größeres Holzkästchen. Ebenfalls mit Muscheln. Und ebenfalls aus dem Action natürlich. Und wenn wir uns dann hier rumdrehen, haben wir unsere Fernsehecke. Unter dem Fernseh stehen zwei Bilder mit, ja, schön saftig sommerlichen Früchten. Und hier unten haben wir dann noch so eine blaue Glasschale. So eine Seesternschale mit ein paar Steinen drin. Mehr habe ich da nicht gemacht, weil die Katzen den Schrank auch mitnutzen, um dann hier links oder rechts auf die Fensterbank zu kommen. Und hier über dem Fernseh habe ich, ich glaube letztes Jahr hatte ich die im OBI geholt, auch im Sale, solche kleinen Mooskugeln aus Ton mit einer Schildkröte. In der Mitte ein Home-Zeichen. Und hier links noch eine Mooskugel, aber mit einer Schildkröte. Und wenn wir uns dann weiterdrehen, haben wir hier das Sofa. Hinter dem Sofa habe ich nicht viel, also habe ich eigentlich gar nichts gemacht. Das sieht ja auch ganzjährig so aus. Hier auf dem Tisch, die Kerzen stehen auch ganzjährig. Ostern hatte ich ein paar Eier drum, jetzt liegen ein paar Muscheln drum. Und dann noch, um dieses Maritime ein bisschen aufzufangen, noch dieses Teelicht mit Blau und Weiß. Ja, und nicht Maritim, aber vielleicht interessiert es euch unsere Fischis. Ja, wir haben ein paar Neons drin, ein paar Wälse und einen Riesenhaufen Mollis, die sich ja immer weiter vermehren. So, jetzt sind wir hier oben im Flur. Wenn man hochkommt, dann haben wir hier erstmal unser Glastischchen. Da steht die Vase, die hatte ich auch letztes Jahr im Sale im Omi geholt. Mit, ja, so ein paar Kunstblumen, finde ich sehr süß. Und drumherum noch ein paar hellgrüne Schmetterlinge. Die Schmetterlinge, die hängen auch hier am Fenster. Und hier oben, wie unten in der Küche, nochmal die weißen Blüten. Ja, dann habt ihr jetzt hier mal den Blick in unser Treppenhaus. Wir hatten ja im Frühjahr unsere Treppe, ja, den Treppenbelag erneuern lassen. Hier war ja vorher Teppich gelegen und, ja, das wurde alles entfernt und Laminat gelegt. So, jetzt drehe ich mich mal. Hier auf dem Schränkchen steht ja nie viel, weil die Katzen auch hier gerne liegen. Hier habe ich das Häuschen stehen. A home is made of love and dreams. Das finde ich sehr süß. Und daneben dann auch wieder weiß und grün. Blümchen, die ich auch vor ein paar Jahren mal im Kick geholt hatte. Dann kommen wir hier ins Ankleidezimmer, in der Ventilator läuft. Und, ja, auch die Klimaanlage läuft. Ist ja nicht auszuhalten sonst. Hier ist nicht viel. Ich habe lediglich bei mir am Schminktisch diese Sterne und, ja, mehr habe ich hier oben eigentlich nicht gemacht. Weil momentan komme ich nur hoch zum Schlafen. Ja, das war's. Das ist alles, was ich im Bereich Sommerdeko gemacht habe. Herbst und Weihnachten mache ich immer wesentlich mehr. Im Sommer nicht so viel. Ich hoffe, es hat euch aber dennoch gefallen. Vielleicht waren ein paar Inspirationen dabei. Lasst mir ein Däumchen oben da. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.